Eis und Schnee Eis und Schnee Ooooooh Da kommt der Schneekunstläufer wieder zum Schluss Jaaaa Guck mal, das heißt ja auch der traffe Schneekunstläufer Ja, ja, ja Ich muss mal kurz mein Herd ausmachen, bevor wir meine Nudeln packen Gute Idee, gute Idee Sitzt du neben deinem Herd? Nein Aber meine Küche ist doch direkt im Wohnzimmer Deine Küche wohnt neben dir Was sind das, 4,5 Meter? Hm Mindestens, los geht's Ich bin alleine, lasst mich alleine Was müssen wir tun? Wir müssen frittieren Ich muss, wo bin ich? Ich bin da oben Ich hab schon so lange mit mir gespielt Oh, jetzt bin ich auch nicht das Dreieck, denn jetzt bin ich ein Sechseck Ich bin ein Dreieck, ich bin total verwirrt Was muss ich tun? Ja, ich war nämlich letztes Mal das Dreieck Oh, ich kann das nicht Ich mag Geld nicht Ich wär auch noch mimi Da, da, da ist was Auf oben Gott, das läuft alles so schnell und flink Ich bin überhaupt gar nicht Ich komm überhaupt gar nicht klar mit dieser Geschwindigkeit Dieses Spiels Jetzt sind wir weg da Wo gehen wir denn? Essen Was? Ja Ich rutsche Wollen wir den Fisch? Wollen wir den Teller? U U U Daher kommt der Name, U Oh 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 Ich geh abwaschen Ah Soll ich dazu sagen, dass ich dezent angetrunken bin? Dass das kein gutes Bier ist Warum bist du überhaupt angetrunken? Wir haben Himbeerwein bekommen Und ich musste den ausprobieren Komm, einfach so stand auf einmal Stand einfach plötzlich vor der Tür Ja nix für Dass der da steht Oh, falsch Ey! Wo sind hier die Teller? Madame and Monsieur Ich wurde ja gerade weggeschubst Ich höre nur mimimi Teller Oh Wollen wir nochmal neu starten Das läuft so gut gerade Also ich würde gerne die Kartoffels machen Lass uns nochmal neu starten 760 Punkte Ah Okay, du machst die Kartoffels Ich mach die Fisch Sehr gut Travi Da war gerade noch ne Plattform Wieso macht mal Emi jetzt ne Kartoffel? Ich leck dir die nur dahin Ja, das ist schon wieder zu viel gemacht von dir Oh, ich werde mimimi Oh Kann doch nicht über die Lücken Rauschen In geschwindter Mentalität Warum kann ich das Messer nicht hier rüber nehmen? Geh mal weg da Geh mal weg Erstmal Reicht der Freude War ein Dash und Cutter Mit dem B Rechts Okay Oh Gott, Alter Der will wirklich schneller rüber als das Was ich hier tue gerade Sehr gut Trafen Ich fahr auf der Plattform Ja, 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 ja Wenn ich jedes Mal ein Euro bekommen würde für diesen Spruch Da drüben brennt glaube ich was Trafi Quatsch nicht Wo sind denn hier die Teller? Am Weg? Ja, dann mal flinke Füße Ups Ja Ja, das war es ja wieder, ne, Maiimi Ja, weil wieder irgend einer am Weg stand Das sagen sie alle Oh Dann waren sie schwanger Der Fisch wollte schwimmen Da oben ist auch Fisch fertig, ne? Nur mal so nebenbei Oh Gott, die Schingen Machst du mal eben hier Ich höre stein Ich will den Teller haben Was ist denn da los? Ja, zum Glück hab ich da drüben zwei Fische fertig Einer ist 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 fertig Das sind fast zwei Einer ist fertig Einer ist fertig Einer ist fertig Die will schon immer vorankommen Ich zungere ihn nie Einer ist in der Kante hängen geblieben Welche Kante? Die mehr im Kopf Ruhe Mach deinen Fisch Ah! Ja, oooooh Tschüss Teller Aber hier ist er drüben, äh, der Teller ist hier drüben angekommen Oh, jetzt geht's schneller Nee, nee, das ist nur dein Kopf Na gut, wenn du das sagst Sag ich Oh, das war knappe Kiste Und wieso trinkst du alleine Alkohol? Was bist denn du für ein Kameradeschwein? Also, ich hab nicht alleine Alkohol getrunken, würde ich an dieser Stelle festhalten Wie geht's deinem Frauchen? So wie mir, gut Ich werd schon immer verurteilt, wenn ich mal am Abend ein Glas Gin trink Also, niemand von uns würde dich verurteilen Wo landet der Teller? Was hast du gemerkt? Drüben auf der anderen Seite Der Saubere landet da, wo er sein soll Und der Dreckige landet ebenfalls da, wo er sein sollte Ich brauche übrigens noch eine Abgabe Der hat den geklaut? Der Pinguin hat mal eine Kartoffel geklaut So, das war... Ich hab mal gerade unseren dritten Stern gesaved Habt ihr das gesehen? Ja, 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 der Pinguin Ja, der hat die Kartoffel genommen und sein Kamerad damit abgeworfen Ja, 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 ja Ja Prost Ich stehe nur durch meinen mutigen Einsatz Möchte ich mal festhalten Ja Muss gar nicht häh sagen Wo ist da der dritte Stern? Ich würd schon Tan sagen, wir machen das nochmal, ne? Ja, wir machen das nochmal. Erst ne Ratte, jetzt ein Pinguin. Pinguine sind super nett. Aber ist der Alkohol nicht irgendwann mal alles? Vor allen Dingen, Pinguine schubsen ihre Freunde manchmal ins Wasser, um zu gucken, ob da irgendwelche Gefahren sind. Das ist auch super nett. Und so eine Flasche ist für ein Kaninchen ganz schön viel, Meini. Danke. Das war schon mal ein guter Anstieg. Wie gesagt, du bist ja nicht alleine. Ja, auch eine Flasche ist für zwei Kaninchen ganz schön viel. Wer fällt denn da mal runter? Ist das irgendwer Wichtiges? Und drauf an, wie viel in der Flasche drin ist. Das stimmt. 0,7 Liter oder so? Geht, ne? Geht. Also wie gesagt, für ein Kaninchen ist das ganz schön viel. Warum habe ich eigentlich nur einen von diesen Grillen davor? Weil ich einfach zwei beansprucht habe. Ey, ich klau mir gleich einen. Der drüben steht, ohne was tun zu können. Meine Kartoffeln sind ja auch sehr wichtiges Obst. Du bist sehr wichtiges Obst. Warte ich hier auf meinem Teller, da hat Katalin schon weggeräumt. Weil ich halt von Natur aus flink bin. Naja. Äh. Flinkes Kaninchen. Gehen Sie weg. Ha ha. Ich schiebe ihn ein bisschen recht. Ich habe wieder einen Teller geklaut. Stehe ich wieder wo das Blöde rum? Mein Teller? Und da wache ich jetzt. Mein Leben. Gehst du mal auf die andere Seite, Maimi? Was willst du mit der Kartoffel? Achso, ich brauche noch einen Tisch dazu und dann... Ja, ist okay. Es genehmigt, ja. Oh. Upsi. Der Fisch schwebt da ein bisschen in der Luft. Und da geht er ins Wasser. Schön. Was war das Trafi? Ich glaube, wir haben Trafi verloren. Ja. Na, Maimi, wir haben ein Trafi verloren. Ich glaube auch. Wir müssen gemeinsam stark sein und versuchen irgendwie, diese große Lücke in unserem Leben zu füllen. Aber, 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 aber wie? Ja, ich weiß, es klingt eigentlich unmachbar. Wir müssen es aber irgendwie versuchen. Ich weiß, es ist ein Römischen-Teller. Ja, toll. Bitte. Oben brennt gerade ein Fisch. Tut er nicht. Und das ist der Kartoffel, du Lappen. Alles eins. Alles eins. Alles eins. Alles eins. Alles eins. Alles eins. Kaffi, hast du irgendeine Fehlermeldung oder irgendwas? Ich glaube, es ist ein Internet. Bin ich wieder da? Nein. Nein, ich meine, ob ihr mich hört. Wir hören dich die ganze Zeit. Achso. Ja. Ist dein Internet was einfach zu gut ist. Ich kann eine Fehlermeldung. Irgendwie bei mir ist Kartoffel auf einmal weg gewesen. Na gut. Kannst du das Spiel einfach nochmal neu starten? Das Spiel ist doch immer noch am Laufen. Also ich bin im Titelbildschirm. Wir müssen noch 30 Sekunden überleben. Noch keine Kartoffel fertig. Weil ich... Ja, woran liegt es denn wieder? Hier jetzt gerade alles jonglieren muss, Madame. Du vor allem. Ja. Hey. Was ist denn am Weg? Ich läuft über den Fisch. Ich kann nicht werfen. Ich kann nicht über den Fisch hauen. Ups. Es lag daran, dass ich gelb war. Und nicht blau. Äh, rot. Alles eins. Aber Kata ist doch blau. Nein. Noch nicht. Komm, wir haben es geschafft. Ohne Traffi. Yay. Ist aber nicht dasselbe, oder? Ja, stimmt. Ohne Traffi ist alles... Ohne Traffi ist alles doof. Ja. Da müssen wir nochmal rausgehen und Traffi einladen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir ihn einfach so in die laufende Session einladen können. Oder doch? Warte mal. Okay. Unter Team verwalten. Okay. habe ich ganz einfach zu sollen nein kann ich nicht wie kann ich jetzt jemand einladen wusstet ihr dass eine tastatur mehr tasten hat als ein controller ne ernsthaft sagt mir nicht du hast das gezählt wie kommst du denn also ich meine jetzt mal ehrlich wie kommst du denn zu so einem krassen wissen ich meine das ist jetzt schon hui was für ein intelligence bolzen bist du dass du auf sowas kommst ich würde das anmelden ich meine ich meine klar die nobelpreise sind gerade vergeben aber vielleicht fürs nächste jahr das ist schon alles in die wege geleitet sehr gut sehr gut was ist mit zwiebel zwiebelkammer ich muss drücken könnt ihr auch kannst du auch art drücken nein willkommen freunde ich gratuliere euch dazu so weit gekommen zu sein ihr konntet eure kochkünste tatsächlich verbessern ich hätte es nicht geglaubt wir schreiben jetzt das jahr zwei ich habe im westen gerüchte über ihr müsst schneller arbeiten und wenn ihr die chance haben willst du singen reist gen süden doch lasst vorsicht fallen denn das land ist beim nächsten mal mein freund viel glück manchmal aber dann ist wieder montag und dann ist wieder alles gut das stimmt jetzt geht es ins wüstentempel reich ne in den dschungel in spukhaus spukhaus ja pizza passend zu ähm silvester was wir jetzt gerade haben wer hat silvester wir haben hello wie du eule eule bereite den teig mit dem messer vor und füge käsentum oh gott ich erinnere mich an ganz ganz schreckliches szenario in spukhäusern mit pizza ja auch maami ist allein ich bin allein warum haben wir licht warum haben wir licht warum haben wir licht weil ich pack das hier hoch wir müssen das drauf legen wir müssen wir müssen das wir müssen das da drauf legen erinnern sie sich ja du schnibbelst am besten nisch ich werde das pizza immer käsentomaten barsfreundes käsentomaten abgeben abgeben ha guck mal da steht schon die nächste maimi hier 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 zwei steht ach guck mal die sind perfekt schon die büß auf wiedersehen die schönste zeit die schönste zeit macht ihr mal ich schnippel mal jetzt müsst ihr ein bisschen ähm ich pack jetzt hier einfach hoch und ihr sortiert das da einfach euch zurecht ja maimi der teig ist nicht geschnippelt wohl doch besser da muss noch eine wurst rein mach eine wurst in den ofen wurst in den ofen wurst in den ofen ich hab die wurst vergessen oh ne ja jetzt mach weiter dann ist das der dritte dann kommt auch eine wurst ne warte mal ich mach noch eine wurst dann haben wir hier noch da ach mensch maimi ne immer per da steht die vierte pizza weg lass mich abwaschen ich kann das ja die ne dritte ist ne entweder du wischst ab oder du ach ach Achtung Freunde oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich hab Angst warum haben wir eigentlich Licht abgeben so das ist jetzt die nächste mit Pilzen nächste mit Pilzen ist fertig oh möchte ich nicht abgeben ja genau stell die einfach hin abgeben nimm nimm Pilzen nimm's Wurst nein haben wir auf die Punkte geachtet? nein Achtung 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 Freude da oben brennt was da oben brennt was ahn ich erzähl doch nicht immer sowas hier sind die nächsten bei den Pizzen die Musik erinnert mich sehr an Harry Potter ich hab gar keine Musik du darfst nicht mitmachen nein ha 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 brennt was das ist die mit Wurst ne das ist die mit Wurst ne bin ich also wenn die Tische so stehen macht das echt kein Spaß Das ist die mit Jumping jetzt. Ich brauche noch eine mit Wurst. Haben wir doch. Wir haben doch gerade abdicht. Achso. Nee. Noch eine mit Wurst. Noch eine mit Wurst, Katta. Okay, weißt du was da? Viel Erfolg. Wart er abgeben? Nee. Gibt einfach Abwechspunkte. Nee. Komm, die schaffen wir noch. Die kommen wir schon mal vorher. Mehr als 1.55 Punkte, wenn wir nicht gebraucht haben. Kann ich die Pizza so abgeben, oder? Mein Controller ist schon wieder der Meinung, aber ich möchte nach unten rechts, links, wie auch immer. Prost. Komm mal, 920 Punkte. Easy. Was war das? Was war das? Was war denn was? Ich habe keine Ahnung. Was passiert denn? Weiß ich nicht. Da stand gerade irgendwas, dass ich den Controller anders benutzen kann. Ich benutze den Controller anders. Beide Seiten oder oben rechts. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Wenn uns um mit mir еще IKEA1 Kopf platz. Jungs. Bis zum nächsten Mal. Mai dah.